Was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt machen? Er hat mich doch geholt. Ich soll was kontrollieren, hat er gesagt. Du sollst nichts kontrollieren. Wir wollen ein Foto von dir machen. Ja, mach. Okay, Moment. Fertig? Nee. Jetzt. Was war es jetzt, oder was? Dafür hast du mich jetzt erst mal egal geholt, damit ich ein Foto machen kann. Nein, wir wollten jetzt, äh... Ja, was wolltet ihr denn? Er hat mich jetzt geholt für ein Foto für so ein Himmeliges. Sorry, was soll denn das? Ist auch nicht da. Was ist los? Du hast da was auf dem Kopf. Lieber, ich hab was auf dem Kopf. Was ist das? Ich hab nichts auf dem Kopf. Das ist doch von hier. Nein, ich hab nichts auf dem Kopf. Wieso, was soll ich denn auf dem Kopf haben? Ich seh es doch. Was ist denn das? Oh mein Gott, das ist eine Ratte. Ihhh! Bah, ich dachte, die hätten wir entsorgt. Ihhh, das ist vielleicht ein Glibberkack, äh... Warte, ich kümmere mich sofort. Ja, mach mal. Ihhh, das Problem habe ich gelöst. Das ist übrigens unser Mammut. Was soll ich denn jetzt hier machen? Ja, guck doch mal dein deutsches Gegenstück an. Was ist denn Gegenstück? Da! Das kommt demnächst auf den deutschen Markt. Ähm... Ach so. Äh... Da! Siehst du? Was ist denn das? Was ist denn da passiert? Das ist das Mammut, was in Deutschland auf den Markt kommt. Was ist das? Was soll Mammut sein? Und das ist das Mammut, was aus Japan ist. Ich bin aus Japan. Und warum macht Niki nicht an dich auf dem deutschen Markt? Hm? Das sieht aber komisch aus. Das sieht so aus, ob sie den normalen Elefanten genommen haben. Haben die meine Haare gegeben. Und haben die in irgend so einen Stofffetzen gesteckt. Also als Körper. Das sieht ja total beschissen aus. Du meinst halt, wie das so sagen darf. Wir haben ein bisschen runter gemacht. Warum steht der denn auf vier Beinen? Naja, du hast ja auch vier Beine. Nein, ich hab zwei Beine, zwei Hände. So wie sich das gehört für den riesigen Mammut. Warum steht der denn auf vier Beine? Hat der gar keine Hände? Der kann ja gar nichts machen. Du hast auch keine Hände. Doch sicher. Nein, du hast keine Hände. Na sicher. Kann ich hier irgendwie so krabbeln? Nein. Nein, ich hab zwei Beine mit denen ich laufe. Ja, aber das sind doch keine Hände. Ja sicher sind das Hände. Was soll denn sonst sein? Drum beten. Also Hände, äh Papa? Das sind Pfoten. So, dann hast du es jetzt. Pfoten, meine Güte. Ja, Pfoten auch nicht. Ja, was denn sonst? Ähm, das sind Pfoten. Ja, die sind auch nicht viel größer als meine. Aber deine sind doch mehr diese Laufflächen von Elefanten. Nö. Diese Stampfer. Nein. Kartoffelstampfer. Nö. Also ich hab... Was sagst du mit deinen Stempelchen? Ich hab Stempelchen. Ja, ja, ja. Zurück zum Thema. Ja, dann müssen wir uns beschweren. Was machen wir jetzt mit dem blöden Vieh? Dann müssen wir uns beschweren und deswegen das Foto. Das geht nicht. Ja, deswegen hast du ein Foto von mir gemacht. Ja. Genau. Ja. Ja, aber das ist wirklich Kappels da. Da ist ja nur ein Unfall. Das ist ein Unfall. So. Ich möchte den nicht kaufen. Machen wir aber nicht. Wir haben Mammut. So, Schluss jetzt. Wir gehen. Deswegen hast du mich jetzt hier geholt? Nur wegen dem blöden Mammut? Ja. Ich bin ja aber einmal hier. Was mach ich denn jetzt? Ja, wir überlegen gerade, was wir jetzt machen. Kannst ja mit überlegen. Ja, aber was soll ich denn jetzt groß überlegen? Hör mal. Ich muss hier mal sitzen. Denk mal nach, was könnten wir machen. So. Und jetzt gehen wir. Wohin denn? Lass überlegen mal noch. Ja, ich denke wir überlegen. Und jetzt gehst du gehen. Wohin. Wohin.